wir reden über autos mit jede menge spaß herzlich willkommen auf voiceover cars mein name ist jen strafmann und manchmal rede ich auch über autos mit jeder menge spaß und heute muss ich ein bisschen aufpassen dass ich nicht matt mit d also für verrückt und matt mit t für matt so ein bisschen durcheinander bringe denn das was ich euch jetzt gleich erzähle das finde ich persönlich schon ziemlich verrückt hätte mir noch vor wenigen jahren einer erzählt dass es mal ein streng limitiertes und somit recht exklusives dacia duster sondermodell geben würde welches das zeug hätte zu einem sammlerstück zu werden welches dann wiederum in deutschland nur 225 mal angeboten und von matthias qualme die mal mir die präsentiert wird ja ich hätte ihn vermutlich für verrückt gehalten und vermutlich hätte ich noch geweckt aus seinem verrückten albtraum aber das wird nun realität und damit wie gesagt hallo und herzlich willkommen auf voiceover cars der dacia duster matt edition ist also ein besonderes modell das durch seine exklusive ausstattung und seine einzigartige karosserielackierung in mattem kometengrau hervorstechen soll angetrieben wird durch ein 110 kw also 150 ps starken 1,3 liter benziner der seine kraft über einen sechsgang doppelkupplungsgetriebe abgibt mit 150 pferdestärken das kann ich euch sagen da war man in den 90er jahren aber vor der disco der king aber darum geht es ja heute gar nicht dieser matt lackierte das da baut auf einem dacia duster journey auf verfügt also über eine klimaanlage ein multimedia system mit navi und einem tod winkel warner dazu gibt es noch eine sitzheizung eine multiview kamera und ein keyless go system 17 zoll räder im radkasten orangene details im innenraum ansonsten ein kontakt spiel aus der teilweise in handarbeit aufgetragenen kometengrauen sonderlikierung und akzenten in glanz schwarz mich kickt ehrlich gesagt der preis denn für 26.400 euro zuzüglich der überführungskosten bekommt man nicht nur dieses sondermodell sondern auch eine vierjährige garantie und diese wartung die wartungskosten für die ersten vier jahre ja und dazu bekommt man ein modell welches man anschließend sicherlich auch ganz gut wieder an dacia fans verkaufen kann wird der dacia duster mad edition zum spekulationsobjekt für den deutschen markt sind wie gesagt 225 fahrzeuge vorgesehen für rumänien nur 70 für frankreich immerhin 400 allerdings und das möchte ich gar nicht verschweigen ist dieses gut ausgestattete sondermodell 4000 euro teurer als ein dacia duster journey mit gleicher leistung das sondermodell gibt es ausschließlich mit dem tc 150 edc die höchstgeschwindigkeit wird somit auch bei circa 174 km h liegen von 0 auf 100 stunden kilometer geht es innerhalb von 9,7 sekunden ein rennwagen wird der matt lackierte das da also nicht dafür überzeugt er weiterhin mit einem kofferraumvolumen zwischen 478 und 1623 liter aber meine frage jetzt an euch wäre dieses fahrzeug euch ein aufpreis von 4000 euro wert schreibt mir das doch mal gerne in die kommentare lasst uns gerne gemeinsam diskutieren denn ihr wisst jetzt ganz genau voice over cars ist und bleibt keine einbahnstraße ich liebe den dialog mit euch bis zum nächsten video euer jens ciao 245 255 255 265 276 279 247 und 277 2810 288 269 297 30